General Cortez auf Sicherheitskanal 9 Das erste Segment des Tacitus ist bereits online. Das zweite wird in diesem Moment installiert. Aktivierung des zweiten Segments beginnt gleich. Kabal, halt dich bereit. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Mensch. Vergiss das nicht, Maschine. Zweites Segment in die Schnittstelle eingesetzt. Initialisierung. Es beginnt. Feuer eröffnen! Feuer eröffnen! Gabriella, nichts wie Rausdach! Schnell! Eva, Sicherheitsprotokolle aktivieren! Kabal, was soll das? Die Verbindung zu unserem Team ist unterbrochen. Verschiedene Signale nähern sich seiner letzten Position. Erläutern, was für Signale! Kabal, was zum... Cortez, betrachten Sie dies als Overtüre meiner Symphonie. Die Vernichtung hat begonnen, Mensch. Die Vernichtung. Gehorche! Kabal, ich befehle... Du befiehlst mir überhaupt nichts. Not war unfähig, das zweite Segment zu bergen. Ihr habt es geschafft, wie ich es von Anfang an geplant hatte. Ihr Menschen seid so leicht zu manipulieren. Eva, können wir ihn abschalten? Analysiere alle vorliegenden Daten. Erspart eurer primitiven Maschine die Mühe. Die Antwort ist, nein. Das zweite Segment ist eingesetzt. Seht, meine Kinder. Hört auf die Schreie. Hört gut zu. Das ist der Klang eurer Vernichtung. Aha, Dr. Goudreau. Wir beide haben noch einiges zu erledigen, denke ich. Eva, aktiviere Fluchtprotokoll. Ich brauche ein Medi-Team vor Ort mit voller OP-Ausrüstung. Außerdem Details zu allen vorgeschobenen Stützpunkten im Umkreis des Zielgebietes. Öffne sichere Funkstrecken zu allen Kommandeuren mit einer Wiederholung dessen, was wir eben gesehen haben. Commander, Sie bilden die Vorhut. Egal wie Sie es anstellen, bringen Sie unsere Leute in Sicherheit. Verstärkung ist unterwegs. Sobald unsere Leute, also Dr. Goudreau und Ihr Team, sobald sie in Sicherheit sind, zerstören Sie das Rechenzentrum, bevor Kabal Verstärkung erhält.